So, so YouTube. Hallolo, herzlich willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Wir werden irgendwo bei Google Maps abgesetzt und müssen herausfinden, wo wir sind. Dafür haben wir drei Runden mit unendlich viel Zeit Zeit. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und gucken, wo wir landen und werden herausfinden, wo wir sind. Und ich würde sagen, Runde 1 startet jetzt. Oh, guckt mal, endlich. Wir hatten gerade eine sehr, sehr schlechte Runde, die ich euch vorenthalte. Wir sind zweieinhalb Stunden durch die brasilianische Pampa gefahren, ohne einen einzigen Hinweis zu kriegen. Aber das hier sieht doch schon wesentlich freundlicher aus. Erik Bannersway. Ja, ich würde sagen, wir sind in Dänemark, im guten Dänemark. Hier war doch gerade auch die Flagge. Auf einmal ist sie weg. Aber die hingen hier gerade. Ja, nicht? Ist ein bisschen schöner. Hier kann man wenigstens auch was gucken. Tuborg All. Ja, nicht? Das Google-Auto spiegelt sich. Ach, guckt mal, ein ganz normales Auto nur mit Kamera drauf montiert. Mehr ist das gar nicht hier. Manche Autos sind ja speziell Google. Aber hier sieht man sogar fast den Fahrer. Hehe, wir haben dich erwischt. Tja, wir sehen alles. Das ist doch schon wesentlich spannender, nicht? Schöne Architektur. Man hat ein bisschen was zu gucken. Schilder, Camping, Hütter, AED, Kennzeichen. Es ist doch einfach ein ganz anderes Feeling gleich. Nicht so wie FIFA-Spieler, die nur am Brünen sind, wenn sie gewinnen oder wenn sie verlieren. Ja, ich verstehe auch nicht, warum ich was spiele, was mich komplett zur Weißblut bringt, nicht? Aber wenn denn? Kann ich nie nachvollziehen. Ich meine, das bringt mich hier auch so ein bisschen zur Weißblut, wenn es so wie eben ist, nicht? Aber nicht so, dass ich gefrustet bin und schlechte Laune den restlichen Tag habe. Oh, guck mal hier. Genau wie wir auch immer beim Fahren sehen, so einen kleinen Flohmarkt nicht am Rand. Hier CDs, DVDs, Sachen. Eigentlich recht praktisch, nicht? Schade, dass heutzutage immer mehr von solchen Sachen wegfallen müssen, weil die Leute klauen wie Raben. Aber ich finde sowas immer total schön zum Gucken, so Selbstbedienungsläden. Ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, einfach was mitzunehmen, also egal in welchem Alter. Mir wäre das nicht mit 8 eingefallen, mir wäre das nicht mit 16 eingefallen, mir ist es nicht mit 20 eingefallen und mir wird es auch mit 50 und 40 nicht einfallen, also weiß nicht, was da verkehrt laufen muss, wenn man sowas macht. Atrop. Ja, Atrop wird jetzt nicht so groß sein, aber an der nächsten Kreuzung werden wir schon herausfinden, wo wir sind. Und ich finde es immer schade, dass halt so, ja, ich sag mal, und wenn es nur 1% ist oder 0,5%, der sowas macht, reicht es, dass solche Sachen aber komplett irgendwann wegfallen oder irgendwelche Regeln erfunden werden müssen, nicht? Ich meine, wer von uns ist schon gefährlich am Flughafen und trotzdem müssen alle in irgendwelche Sensoren und Untersuchungen teilweise reingehen, nur weil einer irgendwie missbauen könnte irgendwann mal. Aber ja, genauso wie bei Konzerten, früher ist man hingegangen mit Jacke und Rucksack, heutzutage die Rucksäcke am besten gar nicht mitbringen, sonst wird man schon komisch angeguckt und sowas. Aber wo soll man Jacken und andere Sachen hinmachen? Ja, ja. Okay. Sehr blöd alles geworden. Macht dann auch keinen Spaß mehr so richtig. Ähm, wenn man da erstmal so eine halbe, ja, Leibesvisitation über sich gehen lassen muss. Ist nicht so meins, nicht wahr? Da bleibe ich lieber zu Hause und fahre bei Geotastic durch Dänemark rum. Und ich glaube, wir fangen gleich in die andere Richtung. Ich glaube, ich bin hier falsch abgebogen. Aber das ist doch schon wesentlich freundlicher. Da, wo wir eben waren in Brasilien, hatten wir nur einen Matschweg und links und rechts so ein paar, ja, pseudo grüne Wege. Da ist das hier doch schon sehr erfreulich. 184 bis 186, die Hausnummern. Ich brauche halt so eine Ortsangabe zum nächsten größeren Ort. Weil ich glaube, den einen Ort werde ich nicht finden. Ich würde aber sagen, wir sind relativ... ...auf dem Zentralland, oder? Ja, man sieht den Schatten. Der ist nicht weggemacht. Das stimmt. Mann, hier. Haversleff. Das ist, glaube ich, auch nicht so groß, nicht? Hier ist noch Lostead. Ich glaube, Lostead ist auch nicht so groß. Okay. Atrop und Lostead. Wir gucken mal. Vielleicht sehen wir die beiden ja doch durch Zufall, wenn wir hier rüber gehen. Atrop und Lostead. Ich habe ja gesagt Mainland. Aber ich würde erst mal so die Inseln abschecken, nicht? Das geht immer ein bisschen schneller. Ich meine, wenn die so klein sind, dass sie jetzt erst auftauchen, da hätten wir eh ein Problem. Deswegen wäre eigentlich was Größeres ein bisschen besser. Und ich glaube, es ist das erste Mal heute, dass die Karte zum Einsatz kommt. Hallestead, Harvestleff, Harvestleff, Harleff, nee. Wallaby, Wallaby, Tastrop, Ringe, Song, Sondere, Appenrand, Voyence, Verbasse, Ansager. Der Ansager ist gekommen. Wir müssen irgendwo hier zwischen sein, nicht? Weil wir sind nicht auf einer gelben Route. Das hätte, glaube ich, schon drangestanden. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen den Orten unterwegs. Horstleff, sehr viel mit Haar. Das Gute ist, die europäischen Länder sind nicht so riesig. Und haben ja auch gute Ausschilderungen. Okay, wir fahren nochmal weiter. Da wart ihr schon mal in Urlaub. Da sind wir da durchgefahren. Okay, wo war es denn? Wir wissen ja, dass es in dem der Mag ist. Dann hau raus. Mut, Haut, Stahl and Son. Jetzt, Jan Gaming kann alles ändern. Und uns einen Sieg bringen. Wenn er da schon mal war, im Urlaub, ist das ein legitimer Grund, einen Hinweis zu geben. Ob ich den akzeptiere oder nicht, bleibt ja mir überlassen. Diese Regel ist ja eine stehende. Aber man muss ja auch das Dorf in der Kirche lassen. Und hätte eben jemand bei der anderen Runde in Brasilien gesagt, da war ich schon mal im Urlaub. Das ist da und da, hätte ich den Hinweis sehr gerne angenommen. Ich sag, wie es ist. Aber ich glaub, da war noch nie jemand von euch. Da waren wahrscheinlich sowieso nur 20 Brasianer an der Stelle jemals in ihrem Leben, so wie das aussah. Einmal die, die den Urwald da niedergebrannt haben, um eine Plantage zu bauen. Und danach die 5 Arbeiter, die diese Plantage betreiben. Ansonsten war in dieser brasilianischen Ecke noch nie jemand. Kannst du mir nicht erzählen. Also ungelogen, nach 80 Minuten auf einem Weg zu fahren. Oder über 80 Minuten. Und da kommt irgendwie dir ein Auto entgegen mit 5 Leuten drauf. Da weißt du schon, okay. Keine Häuser, kein nix. Weiß nicht ganz genau, wir sind nur da durchgefahren und danach nochmal 3 Stunden gefahren. Geschlafen leider ansonsten würde ich das jetzt sagen. Okay. Bedeutet aber wahrscheinlich eher hier nämlich genau, wo ich vermute, im unteren Festland oder so. Nicht? So in dieser Ecke und dann noch weiter gefahren nach hier seid ihr. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber die sind zu klein, die Orte halt. Die helfen dann am Ende, das genau einzukreisen. Aber jetzt, nicht, Hyrup, Syrup, Arndnub, Wollerub. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der eine Ort hieß. Also normalerweise ist es in Dänemark auch so, du fährst bis zur nächsten Kreuzung und da steht halt irgendwie, da geht es zur 12, hier geht es zur Dings. Aber wir müssen echt hier, da endlich, genau, an so eine Kreuzung. Wir müssen echt wirklich im Nirgendwo sein. Also heute, ich sag's euch, Geotestik ist uns nicht gut. Geotestik mag uns gar nicht. So, 29. Hier ist die 11. Da ist die 28. 24. Ich muss ja die 29. Hier oben. Hier ist 26. Da ist die 29 und 11. Okay, auf der Rückfahrt. Und von hier seid ihr nochmal drei Stunden gefahren. Okay, ich hätte es echt weiter nach Süden gepackt. Ich muss ja die 30. Und hier ist die 30 Jahre. dieser weg blablabla way ich hatte jedoch direkt ein schild am start so ein blaues naja sorry naja der das ziel ist ja den startpunkt herauszufinden du fährst da drum um hinweise zu sammeln um dann herauszufinden wo der startpunkt ist das ist so das eigentliche ziel so wir fahren hier aus atrup raus richtung osten atrup ist hier das heißt hier müssen auch irgendwo die straßennamen stehen ich bin der meinung ich hatte das doch gelesen direkt am start ich glaube das hing am haus oder so irgendwo stand hier blablabla way blub hier eric banners way und das ist der kuckelster way das heißt dass die ecke hier nicht und jetzt müssen wir herausfinden die ecke da vorne dann kommt die eine einfahrt aber das ist nicht die straße und hier nach hinten ist auch keine straße das sind als er ja nur auffahrten würde ich mal sagen andererseits ist das alles so eng beieinander dass ich jetzt schon vermutet hätte dass die straßen hätten kommen müssen weil da vorne fahren wir schon aus dem ort raus das heißt wir sehen die neben straßen gar nicht weil die gar nicht existieren oder nicht mehr existieren vielleicht wurden die inzwischen überbaut oder die wurden erst gebaut ich meine das könnte die hier sein aber normalerweise wenn die nicht befahrbar sind müssten die ausgegraut sein das heißt theoretisch müsste ich eigentlich da rein fahren können es könnte also das hier sein was ich zum beispiel nicht richtig sehe das hier ist die eine straße da ist die andere straße das ist der weg hier okay so und wir stehen jetzt wo vor diesem weg das heißt wir stehen hier da sind sogar hausnummern eingezeichnet jetzt können wir das ist eine seltenheit gucken ob wir hier sehen welche hausnummer das hier hat er steht nicht mehr dran an dem haus und dann kann man es nämlich eingrenzen haben wir hier die hausnummer guten tag sie sind die sechs okay und wir wissen die sechs ist da und wir stehen zwischen sechs und was auch immer in richtung westen ist das heißt wir stehen hier genau dazwischen also an der stelle und bingo bongo okay hätte noch weiter nach vorne gekonnt die häuser sind halt selber nicht eingezeichnet das ist ein problem und wir haben die ersten 6000 punkte für heute und so funktioniert das eigentlich nicht mal ein pferd guckt wo sind wir und findet dann den ort wenn das so jetzt kein like war die ersten 6000 punkte dann weiß ich auch nicht aber wir gehen weiter in runde 2 auch eine bessere ecke wir sind auf malta das ist schön wir sind auf malta und wir sind wahrscheinlich im megar oder sowas äh malta irgendwo hier vielleicht oder so weiß ich nicht werden wir sehen vielleicht auch die südliche insel wir fahren mal ein bisschen rum was mich interessiert durchaus ist das ding da hinten das sieht ja krass aus ist das die kirche von neulich wo waren die die war in the book die war hier irgendwo das heißt wir könnten jetzt durchaus hier in victoria sein ja also manche sachen erkenne ich schon auf den ersten blick nicht malta spätestens wenn du so eine steinwand hast und vom gefühl her malta ja malta sieht man einfach da brauchst du gar keine hinweise das ist so speziell spezifisch diese insel also selbst wenn du in griechenland oder portugal landest kannst du es auf jeden fall von malta unterscheiden auch italien ähm das ist so was eigenes so jetzt sind wir sogar auf einer großen straße straße die wird gebaut und die haben irgendwo so blaue schilder hier im kreisverkehr zum beispiel und dann sehen wir nämlich wo wir hinfahren auf jeden fall ilmgena und quala so jetzt ist die frage ist quala hier ja wir sind also auf der insel weil es gibt nämlich hier ein mga aber es gibt halt auch hier ein mga genauso wie es hier ein sebar und ein sebook gibt äh hier sebook gibt es auch hier ein sebook muss man halt wissen ähm wo man landet und das im mga mit einer fähre ist aber immer das hier unten oder im mga nicht ähm so von daher schon mal gesichert quala quala führt nach osten quala nach osten das ist ja interessant und xevia führt nach westen das heißt wir sind in ja wir sind in dem kreisverkehr hier okay das heißt hier sind wir gerade rauf gekommen bedeutet wir kommen irgendwo aus der ecke hier wir können auch bei dem kreisverkehr sein ja also einer der beiden kreisverkehre sind wir ähm wir können mal die nebenstraße jetzt checken oh guck mal okay das ist wieder sowas für ein short nicht ähm ja auf malta und ja wir sind in den zeiten der zeit gefangen da vorne man könnte meinen das ist ein äh schöner wertum aber nein im malta kann sowas auch von wann ist denn das bild das wäre vielleicht noch wichtig ah muss ich nochmal machen 21 okay wir im malta sind wir in den zeiten der zeit gefangen das da vorne könnte auch ein wertum sein aber nein wenn man in der zeit fortschreitet sieht man es ist eigentlich eine windmühle ja das eine bild ist von 2021 und das andere bild ist von 2023 das heißt die wurde restauriert und wieder aufgebaut sehr schön so kann es auch gehen hübsch oder finde ich viel viel besser okay aber wir oh guck mal wir können sogar richtig dicht dran fahren in sachsen gibt es auch ganz viele windmühlen ähm die halt keine flügel mehr haben das finde ich immer sehr sehr schade ah der straßennamen ist ausgeblurrt das ist ja warte da war er nochmal dran nee das ist nur eine alarmanlage da muss man echt genau gucken das sind immer so kleine weiße schilder an den häusern wo denn die straßennamen kleben okay auf der seite werden wir es nicht herausfinden und der hinweis ist geblurrt vielleicht finden wir es hier raus ne das ist auch die baustelle aus der wir kommen da haben wir es nicht gesehen das ist immer blöd an so großen straßen wo keine häuser direkt sind was ist mit der hier pa irgendwas hilft uns auch nicht weiter okay dann müssen wir mal bis zum ende der straße fahren hier zum beispiel vielleicht hier manchmal hängen die schilder halt auch einfach da hier trixand elisabeta äh trixand elisabeta hier da okay in dem kreisverkehr sind wir wir kommen also hier raus also stehen wir in dieser straße am start weil wir fahren da vorne nach südosten das ist das ding hier das richtung südosten aha oder ist es das hier das sieht schon sehr spezifisch nach dem hier aus das ist sehr markant nicht ein dreieck ein ovaler kreisverkehr und 1 2 3 4 5 6 7 dreiecke 1 2 3 4 5 6 7 dreiecke ein kreisverkehr und das also das ist auf jeden fall das das ist richtung südosten das heißt wir stehen hier bedeutet wir sind eben ah ja wir sind eben hier rum und dann hier runter das ist ja interessant habe ich gar nicht so wahrgenommen oder wir sind hier runter und da lang das könnte sein ok jetzt ist wichtig wir stehen direkt an der Bushaltestelle die eine ist nördlich von uns das ist die ich glaube da stehen wir schon ganz gut das ist das Haus was wir hier sehen und wir stehen wenn wir ganz nach Norden gucken direkt aufs Haus gucken das heißt wir stehen hier bingo bongo 9 meter 65 auch wenn der startpunkt nicht auf der karte ist also nicht auf der straße ist malter geschlagen weitere 6000 punkte und damit zu runde 3 oh ja ein sehr guter startpunkt wir sind mitten in einer stadt in kolumbien würde ich diesmal sagen ähm wir sehen die sonne nicht aber die sonne dürfte da sein die ist also im süden also sind wir im norden oh ok dann sind wir in guatemala wahrscheinlich wenn das da wirklich die sonne ist aber sieht na gut es könnte auch sein dass hier die sonne ist dann ist das nur eine überblendung von der kamera das kann sein wegen des grüns der bäume er sieht nicht nach asien aus wieder ne 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 müsste südamerika sein oder was sagt ihr tigo tico hier was haben wir denn alkadia del tulovejo jetzt landen wir nur in städten auf einmal ja ist das sehr gut ist doch auch mal schön es muss ja auch mal runden geben die nicht so fies sind und einen im nirgendwo landen lassen laganga was hier hast du wenigstens was zu gucken balkone guck dir mal diese dachkonstruktion an kennt ihr das sieht aus als ob das so diese puzzle sind äh diese 3d puzzle kennt ihr die wo man so den big ben oder so draus gebaut hat die hatten auch immer so dreieckige zacken als ob man das so ineinander stecken könnte ganz lustiges äh dachkonstrukt ich mein wie aufwendig das sein muss für gar keinen effekt und ich find's trotzdem klasse nicht wahr also das ist doch auch mal was so ne sachen haben mir halt gefehlt in der langen runde die wir nie live gestellt haben nicht ich hab kein problem damit auch mal so längen zu fahren aber wenn ich dann wenigstens links und rechts was gucken kann auch wenn mir das hier keine hinweise bringt dann macht das halt auch eher spaß nicht geotestik äh bei mir soll ja auch so ein bisschen ne reise vom alltag sein raus in in die welt äh ein bisschen was entdecken aber ich brauch nicht nen langen sandweg entdecken der mich einfach nirgendwo hinführt ähm und wo ich gar nix mitbekomme guck mal jetzt haben wir auch noch ne große straße pr18 pr18 ich weiß ich werde mich ärgern das ist nicht brasilien da bin ich schon mal reingefallen pr18 äh ritorno in 500 metern haben wir ein ritorno war schon mal gut jetzt müssen wir hier eigentlich nur äh fahren bis da mal dran steht äh la curundia in 500 kilometern oder irgendwas nach vorne ist noch ein Schild aber ich glaub da steht den ritorno nur drauf tu ok wir sind also das können wir uns mal abspeichern in tulu vejo vejo wo waren vejo immer und da sind da hier hier genau das brauchen wir medellin das heißt kolumbien doch ok kolumbien ist ja auch nördlich vom äquator ähm dann passt das ja doch aber das ist 485 kilometer im süden das heißt jetzt sind wir da oben in der runde davor waren wir übrigens in brasilien ich weiß schon gar nicht mehr wo hier hier hinten haben wir gestartet ähm ja und sind hier runter gefahren oder hier nach links aber sind halt nirgendwo angekommen das ist auf jeden Fall eine richtig fiese Ecke ähm weil hier keine große Straße ist also die ist wirklich hunderte Kilometer weg ähm ja das ist echt gemein gewesen aber diesmal haben wir doch was also 488 85 kilometer das hier Sampues so Sampues jetzt müssen wir Sampues sehen das muss ja auch recht groß sein bei 38 kilometer Entfernung und dann Cinchilejo oh ja Cinchilejo noch besser okay das haben wir auch und das liegt Richtung Süden 16 kilometer das heißt in dem Umkreis hier Tulovejo da haben wir es und schon gefunden so einfach kann es gehen nicht wahr ich muss jetzt ausmachen sagt Young Gaming denn die Streams gefallen mir sehr schalte morgen wieder ein startest du äh immer so den Stream ja meistens so 18.30 19.00 Uhr manchmal früher je nachdem wie das Wetter ist wenn das Wetter morgen schlechter ist und ich nichts zu tun habe dann starten wir auch mal früher rein aber schön dass du da warst hat mich auf jeden Fall gefreut und ich hoffe irgendjemand anderes übernimmt deinen Chatplatz und redet ein bisschen mit mir würde mich auf jeden Fall freuen äh ansonsten genießt einfach auch mein Gebrabbel ich werde mir auf jeden Fall was ausdenken was ich erzählen kann oder ich lese einfach Sachen vor die ich sehe wie Ferreteria El Canvatos Mendos obwohl ich nicht weiß was es bedeutet und wie man es ausspricht ähm damit müsst ihr dann leben so diese Ecke mit der Statue die müssen wir doch sehen wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und danke dass du da warst es könnte hier sein und das ist der Park hier vielleicht das ist ein Park aus Steinen hm sonst passt aber irgendwie nix dazu wir müssen mal gucken ob wir den Straßennamen finden Polizei okay wenn wir die Polizei finden dann haben wir es ja hier ist die Polizei weil die soll hier drin sein nicht da drüben die ist hier abgebildet äh weiß ich nicht genau ob es das hier ist haben wir noch ne Polizei bis dann bis dann Jan und viel Spaß dir noch am zuck 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 Prost Kalle 5 Carrera okay wir müssen mal gucken ob wir den Straßennamen jetzt finden El Kentavo Menos mh ne das hilft nicht das ist hier wahrscheinlich super versteckt wenn jemand den Straßennamen sieht oder das Schild und ich übersehe es streit einfach gerne auch in den Kommentaren nachträglich dann werde ich äh meine Schmach weiter erhöhen ich meine wir haben schon in Kanada versagt wir haben jetzt in Brasilien versagt es kann nur schlimmer werden was ist hier Franz Trans 3 bis 527 das ist keine Straßennamen ne das hilft auch nicht ist hier echt nichts dranstehend an den Gebäuden am Boden ne manchmal an den Dingern me bla 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 miedert okay da müssen wir es irgendwie anders herausfinden mh was steht da mutschul sehr ne okay wir fahren vielleicht erstmal nur nach Norden und zählen die Querstraßen dann wissen wir auf welcher die sind ja immer sehr das ist eine ältere Stadt nicht die ist nicht so geradlinig okay unsere Straße nach Norden macht auf jeden Fall Kurven hat eine Kreuzung eine Straße nach links zwei Straßen nach links links also Kreuzung Straße nach links Straße nach links geht nicht weiter das ist die hier das heißt wir stehen da diese Sache hier haben wir nicht gesinkt aber alles andere würde nicht passen nicht hier wäre zu gebogen die wäre zu kurz die hier wäre viel zu lang hier passt super bedeutet das hier ist Kalle 9 können wir leider nur nicht verifizieren aber hier geht nämlich auch gleich wieder eine Straße rein das würde hier passen und dann kommen wir nach rechts auf eine Straße wo es nicht weiter geht perfekt und das ist die die hier rum führt genau und wir stehen dann die sind auch leicht versetzt die Straßen das passt auch zu unserer Start Position und dann sind wir dort und Finish 5 90 und damit haben wir endlich nach langer Zeit 18.000 Punkte jawohl sie fühlen sich nicht so gut an wie sie sollten 13 Minuten 56 in Dänemark 7 Minuten in Malta und 10 Minuten in Kolumbien damit 30 Minuten und 49 Sekunden und ich würde sagen das war eine gute Runde wir sehen uns zum nächsten bis gleich buch 19 hilf nach 5 20 19 Untertitelung des ZDF, 2020